Moin und Willkommen zu meiner 26. Bewerbung für Apokalypto. Ich bin Luca aka ShadyEdits. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Baden-Württemberg in der Nähe von Karlsruhe. Und ich spiele seit Season 5 Fortnite, damals noch auf der Playsee und dann Season 6 habe ich auch mal so ein Keyboard gewechselt. Und seitdem grinde ich auf Apokalypto. So, das war es dann zu meiner Person und jetzt noch kurz was zu den Zeitabständen. Also wir fangen an mit einer Minute Kreativclips und anschließend kommen Arena und Public Clips. Das war es zu meiner Person. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hat keiner gesehen? War schon, ich hab was. Ich hab was, ich hab was, ich hab was. Ich hab was, ich hab was. Ich hab was. Wir haben beide die ganze Zeit die Kipps ausgemacht, aber wir haben alles wieder davor gemacht. Hättest du alles kaputt, ja? Das haben wir jetzt gar nicht so verstanden können. Ganz so. Ich hab was, ich hab was. Ich hab was. Das war's für heute. 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 Nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Perkauf.